Willkommen bei Rekorn. Unsere Wanddämmplatten kommen in einem Format von 60 x 60 cm und sind 5 cm dick. Ich habe hier mal den dekorativen Stoff abgenommen. Sie sehen den Aufbau. Gepresste Glaswolle, die völlig feuerfest ist. Hier ist der Rahmen verhärtet und darüber ist ein Gewebe gezogen, was ebenfalls schwer entflammbar ist. Sie sehen das Material auch hier hinter mir und dadurch können Sie ein Design herstellen, wie Sie es bei Ihnen im Wohnzimmer am liebsten hätten. Wir haben sehr viele Farben zur Auswahl.